Guten Tag! Heute möchten wir Ihnen die Merkmale vorstellen, die aus Domino-Automatik von Sonsini einen innovativen elektrischen Treppensteiger machen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit. Zunächst sei vorausgeschickt, dass der Treppentransport von schweren Gegenständen wie Fotokopierern, Automaten, Winden, Motoren, Öfen, Kaminen oder Boilern eine komplexe Aufgabe ist, die Sorgfalt und Konzentration erfordert. Häufig wird die Situation noch durch zusätzliche Probleme wie besonders aufwendige Lasten, unterschiedliche Treppenarten und eventuell auch kleine Unaufmerksamkeiten der Transporteure erschwert. Daher achten wir bei unseren elektrischen Treppensteigern stets auf höchste Sicherheit und versuchen, die Gefahren für den Endbenutzer auf ein Minimum zu reduzieren. Dies betrifft auch die Sicherheit des Unternehmens, das seine Angestellten mit der Lieferung beauftragt und diesen die geeignete Ausrüstung für die Durchführung der verschiedenen Aufträge zur Verfügung stellen muss. Domino-Automatik bietet in diesem Zusammenhang höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit. Wie Sie sehen können, stützt sich Domino-Automatik beim Auf- und Absteigen über die Treppen, täts auf mindestens zwei oder drei Stufen ab, so dass das Gewicht der Last gleichmäßig auf mehrere Punkte verteilt wird. Im Unterschied zu Systemen, bei denen das gesamte Gewicht nur auf zwei Punkten und einer Stufe lastet, wird dadurch die Gefahr einer Beschädigung der Treppe auf ein Minimum reduziert. Vor allem aber muss der Transporteur nicht bei jeder Stufe das Gewicht ausgleichen, so dass auch das Risiko von Gleichgewichtsverlusten deutlich reduziert wird. Domino-Automatik ist mit speziellen Raupen ausgestattet, die keine Kratzer und Spuren hinterlassen und sowohl für die Verwendung auf empfindlichen Bodenbelägen in Innenräumen, die Marmor, Holz und Parkett geeignet sind, als auch für die Nutzung in Außenbereichen, zum Beispiel auf Asphalt oder holprigen Böden. Die Raupen der Marketson sehen die garantieren hervorragende Leistungen. Beim Hinaufsteigen der Treppen muss man die Griffe von Domino-Automatik am Treppenabsatz lediglich leicht an sich ziehen, um den Raupenmechanismus automatisch abzusenken und die Last auf dem Treppenabsatz abzusenken. Dadurch kann sie auch auf sehr engen Treppenabsätzen problemlos abgestellt werden, da aufgrund der aufrechten Position von Träger und Last nur sehr wenig Raum benötigt wird. Bei Hinabsteigen vom Treppenabsatz muss hingegen der Griff nur leicht nach vorn geschoben werden, um den Raupenmechanismus von Domino-Automatik zu öffnen und die Raupen auf der darunterliegenden Stufe aufliegen zu lassen. Mit Ausnahme der letzten Stufe kann der Bediener sogar jederzeit beide Hände loslassen. Die Verwendung von Domino-Automatik ist auch auf unregelmäßigen Stufen mit unterschiedlicher Höhe und Form völlig sicher. Null Kraftaufwand, wenig Risiken. Einfach, kompakt, zuverlässig. Domino-Automatik – sicher die richtige Wahl. Domino-Automatik – sicher die richtige Wahl.